Ja, sehr leichte Quest, wow! Ah ne, das ist mir zu viel. Ihr wisst ja, Bücher hab ich nicht so. Gut, dass wir direkt hier noch ein bisschen was gelesen haben. Also, äh, angeguckt haben, weil wieder schön... Feuerblätter! Mag er nicht! Ah ne, Leben los! So! Ja, wir haben ein seltsames Fieber, das ist schon klar. Ein Feuerbaktil... ...brenne... ...mangelicht... ...ok. Flampe ist cooler, oder? Ne... ...feuerplatz. Achso, ne, heilen wir mich ehrlich gesagt jetzt auch gerade. Ne, unbedingt. Ah, egal. Obwohl, ne, es wär schon, glaub ich, cooler, wenn ich... ...da, ich hab noch nicht ... ...dann da so sein. Achso, ich sollte mir vielleicht auf die Karte gucken, wo ich überhaupt hin muss. Oh! Nein, weg damit! Wie, nehm ich die hier wieder weg? Hallo? Weg damit! Hä? Oh, ist der Kacke! Also, Raidkarte. Ah. Eigenes Ziel! Kann ich einfach mal nehmen? Ah. Jetzt haben wir's. Walken fern. Wie bewege ich jetzt? Ah. Mit Fighters. Okay. Na dann. Geht's einfach mal auf. Muss irgendwo hin. Um noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber Moment. Man konnte die Quest doch so... Ja, okay. Ja, okay. Das ist eine komische Quest, aber egal. Äh. Ich muss ins Bett. Gute Nacht und passt auf sich aus. Momo, vielen Dank fürs Reinschauen und schlaf schön. Ich hoffe, du schaust morgen wieder rein. Ah ja, hier ist praktisch... Noch eins zu den Programmen, die versuchen, bei dem echt eine Programme und Werbung aufzügen. Du musst da einfach wegklicken. Achso. Okay. Sieht man hier mal wenigstens was. Äh, selbst der Stuhl... Wupps. Ah. Was ist der Kacke jetzt? Easy. Och, Lily, du kleine Maus, bist du mal bitte still? Dankeschön. Das ist der andere. Hat's denn auch mit weggeschmissen? Nee. Nee, jetzt hier irgendwas noch mal. Wo ist der von der Kacke? Muss helfen? Na doch, die kamen doch von da drüben, oder? Kann man doch mal da drüben auch hinbehen. Bist du blind? Was? Wieso soll ich blind spielen? Ich achte hier immer direkt auf die Gegner. Oh hey. Ich gucke halt immer erstmal links und rechts. Oder ich gucke die ganze Zeit meine Katze an. Wenn sie auf die Sack geht. Ah. Naja, ich muss praktisch länger halten. Okay. Merk schon, ich komme langsam. Ich brauche Büsse, um wieder in Scaring reinzukommen. Skelet. Wirst du? Ja, vielleicht spiel ich ein bisschen blind. Und wer ist es? Wo ist das? Ah, hier. Das funktioniert an sich genauso wie Skyrim. Wenn ich das so sehe. Ich habe gesehen davon, dass ich mich... Das ist immer wieder mein Fieber hochgeht, wenn ich mich heile. Und wir können ja nochmal hier reingucken. Vielleicht ist ja jetzt doch irgendwas interessantes. Also ja, ich spiele das... Ja. Das, das mache ich. Ich habe das Spiel jetzt seit gut einer halben Stunde praktisch. Ich hatte hier aber jetzt auch nicht... Nö, ich habe das nicht vergessen. Okay. So, ich gehe heute raus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Flummenstopp. So, ich muss... Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt praktisch... Wie komme ich da hin? Ich gehe irgendwie durch. Ich muss bestimmt hier zurück. Kann ich mir vorstellen. Ne, von hier komme ich ja eigentlich. Wenn dir vorstelle hin. Oh, deine Message wurde deleted. Ich schaue mal ganz kurz, was du geschrieben hast. Äh... Achso. Ja, genau. Ich spiele Skyrim... Skyrim an sich? Ne, Skyrim habe ich früher mal gespielt. Aber jetzt den... Den Mod, den spiele ich zum ersten Mal. Und... Oh Gott, Skyrim ist schon wieder ewig her eigentlich. Dann kam das raus. 2012. Also einige Jahre schon her. Ich höre irgendwas. Das Gegner. Ah ja, das ist ein Gegner. Gegner! Oh, hallo. Ich hänge. Mist. Okay. Gehen wir einfach mal rund ans Tal her. Oh. Ist ich mein Stream aufgehangen? Fuck, ich sehe nichts mehr. Stream! Please! Ne, ich bin noch da. Gut. Ah, was ist das? Ne liebe Ziege. Die lassen wir doch. Sieht das nie klasse aus? Okay, es würde bestimmt klasse aussehen, wenn man es auf High Quality spielt. Aber sonst. Ich bin noch mal ganz. Wie? Alles meins. Gut, dass die Truhen hier verschlossen sind. Ah, jetzt hab ich vergessen inzwischen Okay Wo bist du? Boom Wo kommt der denn jetzt her ey? Richtig sneaky Sollte man hier lang gehen? Das sieht mir grad nicht nur nach so offiziellen Wegen aus Ah, hier Ah Hier gibt's noch offiziellen Wegen Okay So Sieht das in die Klasse aus? Schön Schön Richtig schön Ich meine komplett düster und finster so wie normal Skyrim war glaube ich Doch, der war so wie so finster Da war ein bisschen grün Gelebt Was? Oder das ist noch nötter Nee, 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 nee Nee So Wie wird das? ist straßendieb kommen wir haben ein freund so geht man die leute so geht mein straßendieb so alles meins alles meins ich glaube ich bin auch diesmal gar kein drachen blut oder es kam irgendwie gar keine geschichte zu trocken schön ist ja alles schön und gut aber ich will eigentlich zu der kiste da oh gott wie war das gleich nütze maus und weh um euren dietrich ausrichten und ein schloss zu wir können naja das ist ja nicht ha easy direkt beim ersten mal ring der präzision schade aber doch gut ich sehe wenn ich hier rum spinne ich weiß was nicht hier bei mir muss er nicht sein hä? hallo auch fickt euch ok das ist halt ziemlich cool es gibt hier einfach eine heilwurzel der hat mich direkt voll voll lieb ich bin grad mit der möglichkeit ein bissl überfordert das konnte wo ich alles hin soll kann ja überall was liegen ich will nicht vergessen das ist definitiv erstmal speck hallo wieso werde ich die ganze fuuuuck programm schließen skyrim funktioniert nicht mehr ok oh sehe ich einen ist ok plus game sowieso geht jetzt mein browser code auch nicht mehr oh shit obs obs please einfach naja tausend Katzenhauer ich hatte zum glück gerade erst gespeichert oder? pfff 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 pfff